Grüßt euch, ihr herrlichen Menschen da draußen, Bartz geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ich bin gerade schon auf 9 Euro Ticketbasis hier nach Ulm gefahren und nun hoffe ich, dass mich dieser Zug schnell nach Frankfurt bringt. Mittlerweile in Frankfurt angekommen, der Hype kickt gerade anders bei mir rein. Es geht wieder los, Bundesliga-Saison wird heute eröffnet. Für mich hätte es kein geileres Auftaktspiel geben können. Frankfurt gegen den FC Bayern. Wird eine geile Stimmung, wird ein geiles Spiel. Das müsste jetzt der Tower sein, wo ich meinen Stepper hoch mache. Das mit den Krähen sieht schon ganz schön wild aus, aber grundsätzlich muss ich sagen, ich habe einen sehr positiven Eindruck von Frankfurt bekommen. Ich genieße es gerade echt, hier zu sein, muss ich sagen, finde ich cool. Ich finde diesen Kontrast von klassisch zu ganz modern zu wild. Ich sage euch ehrlich, ich weiß nicht, was ich von diesen Typen halten soll. Total schön hier am Main, muss ich sagen. Es ist noch eine Dreiviertelstunde, bis das Stadion aufmacht. Ich sage euch ehrlich, die sollen das Ding jetzt einfach aufmachen. Jetzt gibt es einen Stepper auf die Tribüne und es geht auf. Ich bin wirklich gespannt, wie es heute ausgehen wird. Ich tippe auf jeden Fall auf 3-1 für Bayern. Eigentlich so die Aufstellung wie beim Supercup. Ich glaube, das ist mir 對不對. Stadion 14, Red m。。。。 Stadion 14, t modules Stadion 14, t modules Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ist das so gut? Oh mein Gott, Martin! Oh mein Gott! Oh! Was lassen die alle liegen? Moment! Witz gut, fein ruhig! Das ist echt nicht normal! Oh mein Gott! 5-0! Was ist hier los? Was ist hier los? Oh mein Gott! Das Stadion von außen sieht auf jeden Fall auch richtig schön aus. Was war das wieder für ein Spiel? Geile Stimmung! Viele Tore! Einfach nur geil! Jetzt geht Fußball wieder los! Ich habe einfach Lust! Für die Frankfurter an der Stelle Miese Zeiten Das hat es doppelt weh dieses Video zu gucken Aber für mich als Bayern Fan geht mir natürlich wieder ein Herz auf Wenn ihr auch Bock auf weitere Stadion Vlogs habt Dann lasst mir auf jeden Fall gerne auch ein Abo da Lasst es euch gut gehen Wir sehen uns beim nächsten Video Haut rein und ciao!